herzlich willkommen zu einer weiteren folge auf den nordgrillischen marsch beginnt einer neuen aufnahme zwischen darum immer zurechtfinden und kommt bekämpfung ist erledigt die saate ist drin muss nur noch wachsen was gemacht werden müsste wäre mit vor der zubereitung die kühe selber auch tun oder die immer weiter die anhänger vor allem an die große halle wichtig Vielen Dank. So, mit Röser. Dünn, 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 dünn. Gute Frage. ziel für kalk zu spät wachstum noch nicht zu sehen sein haben wir da kalt drauf das ist der mit dem frontlader den machen wir für wäschfutter schauen wir mal noch kalt hinkriegen so rückwärts ich glaube die wiese noch gedüngt so So, nochmal auffüllen. Zeit. Haben wir noch genug. So, dann schauen wir mal nach. Bin wir nicht ganz sicher, ob ich schon gewiesen gemacht habe. Schauen wir mal nach. Wie oft drei muss ich... Ne, drei gehört mehr nicht. Ich hab schon ein Stück gekriegt, gedüngt. 25 muss ich düngen. Ah, Entschuldigung. Ah. Man braucht die Erkältung. Ah. So. 25 muss ich sein. Ich hoffe, ob es darum geht. Ich werde nach der Aufnahme prüfen. Wenn ich das wieder alle aufnehme, ohne Ton. Ich werde nach dem Konto kommen. Das ist gut. Ich werde nach der Aufnahme prüfen. Ich werde nach der Aufnahme prüfen. Das ist gut. Das ist gut. Ich werde nach der Aufnahme prüfen. naja gut vorüber das war gedanklich woanders opfer nicht gewachsen dann doch mal kein gutes zeichnis da liegt noch bald habe ich jetzt alles mühsam ja das ist schlecht zum dünnen meine dauert lange fährt dagegen gut dann holen wir die silageballen ab da fangen wir außen herum oh gegenverkehr ja 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 So, da war noch ein Maßstück, selber. Ah, ich müde eigentlich Arbeit. Parken wir mal ganz kurz hier. Und wenn wir gleich düngen. Das war der Kurs. So, das läuft schon mal. Jetzt schauen wir doch an Kalk. So, aufzufällt 13 und dann Küheversorgung. Ja, Küheversorgung mit Vorderhersteller. Das ist einmal voll. Ups, ist aber zu weit. So, was haben wir hier geteilt? Das sind keine Arbeit. Das dürfen wir hier sein. 12. Da muss ich kurz schauen. Bin mir nicht ganz sicher. Düngetechnik. Den habe ich. 12 Meter. Streuchteile. 18 Meter. Aha. Das ist korrekt. Hauptsache Arbeit auch so. Das ist so genau. Alles gut. Das ist neu. Okay. 13. 14. Hier müssen wir folgen. Wenn wir arbeiten. Automatisch. 18 Meter. Weich. Da. Und. Wo Zeiger sind. Das sieht ganz gut aus. Was. 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 Wir haben die kurve nimmt. Benne gespannt. ist ganz gut ok ich darf schon einen fetten graben rein das läuft auch bereit zum fritter mischen die ball sind da da hat er nur einen reingefüllt ein ladewagen und das reicht ja nicht wasser können wir auch noch eine ladung einbringen und dick mit klammer werden nicht verkehrt lefeln wieder sowas welke go und weg bis zu Vielen Dank. Vielen Dank. Mal ganz kurz gucken wie das aussieht. Ganz kurz. Das waren... So, das soll es für die Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich gerne über ein Like freuen. Ansonsten hören wir uns und sehen wir uns zur nächsten Folge. Dann sage ich mal, wink und goodbye. Tschüss. 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 Tschüss.